was geht ab leute man heute mal wieder ein neuer vlog und zwar endlich wieder party heute sind richtig geile dj am start, drugmasters, shippo, headhunters und noch zwei andere weiß ich name es gerade nicht den flyer stelle ich jetzt hier rein und ich bin gerade zur post gefahren und zwar einmal zwei sachen aus china und die neue kollektion von jim junkie zeige ich euch gleich jetzt fahre ich erstmal zur arbeit heute wird rücken trainiert und danach geht es auch schon los nach köln ins bootshaus viel spaß mit diesem video so freunde jetzt zeige ich euch erstmal die china ware die ich bekommen habe aus china ja leute mehr geht nicht mehr das war ein scherz am start von jim junkie so freunde ich zeige jetzt mal ein scherz für eine neue kollektion ist echt geil jetzt noch mal die schulter hat dann poppen die richtig raus das ist echt schön eng, wenn man vorte Schultern hat dann poppen die richtig raus das ist echt schön eng, wenn man die schulter hat, poppen die richtig raus Ja, Freunde, ich habe nochmal Geschenke bekommen gestern, aber jetzt sage ich dir die Geschenke heute von Lisa Fassbender, eine sehr, sehr, sehr sympathische Frau, die auch viel meine Bilder kommentiert und mich auch verfolgt, schon seit längerem. Mega nice, dass sie hier war für zwei Tage, ich habe mir die auch beinntrainiert und alles und sie hat mir was mitgebracht und zwar einmal den Sengoku hier, peanut butter, komplett peanut butter Schokolade und schwarze Schokolade, zart bitter meine ich, dann gönne ich mir auf jeden Fall Sonntag, wenn ich Superbowl gucke, ich hoffe ihr guckt auch alle Superbowl, wir haben für zwölf Leute haben wir 15, 16 Kilo Fleisch geholt, schickt mir wenigstens Rippchen, dies, das. So Leute, ich gebe mir während der Fahrt nochmal 100 Gramm Haribus, 80 Gramm Shake von Whey, isolat natürlich und vielleicht auch noch BK, spontan, die ist das, ich denke mal schon. Und ja, dann nochmal, wenn wir nach Hause fahren, kriege ich nochmal einen Shake, aber ja, bis dahin dauert er noch, ne? Auf der Fahrt, Double Peanut Butter vom Magnum, dann meine zwei Shakes hier und die 100 Gramm Haribus, hab dann 2300 Kalorien ungefähr, auf 3,5 esse ich jetzt noch danach, deswegen vielleicht noch BK oder so, spontan, die ist das. Ich reklamiere, das ist normale Pommes. Selbst erfolgreich ist das, was ich mache. Louis Kofi ... ... 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, go! It's time to wake up to the sound of headhunters. 10, 4, 9, 4, 8, 5, 7, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! It's time to wake up! Come on! Hey! Hey! Musik 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 So, Freunde, wir sind jetzt ungefähr noch zwei Stunden gefahren. Ich komme jetzt noch mal vor mein letztes Kalorien, da habe ich 3,5 genau, so ein schicken Brötchen hier, also ich schätze mal, dass es 500 Kalorien sind, könnte noch weniger sein, aber geil, 3,5 ist 3,5 für mich dann und da gehe ich dann schön pennen, ja und dann geht es morgens wieder nach Düsseldorf und dann wieder nach Köln, aber das ist dann alles im zweiten Vlog, also danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall immer freuen, wenn ihr mir immer viele Daumen habt, oben gibt, man, damit ich weiß, dass das Video gut angekommen ist und es motiviert mich auch, noch mehr zu machen, alles rum und dran, hier wird es Bescheid, Freunde, also... Outro 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 Outro